Meine Paragrafenketten im deutschen Steuerrecht. Du musst doch in deiner Prüfung, in deiner Klausur dich stets und immer wieder an denselben Paragrafen, an denselben Richtlinien und Hinweisen hochhangeln, um die einzelnen Sachverhalte, um die einzelnen Aufgaben zu bearbeiten. So, und deshalb behandle ich genau das in diesen Paragrafenketten, nämlich wie passen die einzelnen Paragrafen, wie passen die Kodifizierungen hier auf den jeweiligen Sachverhalt? Was musst du also wissen zu der persönlichen Steuerpflicht, zu der sachlichen Steuerpflicht in den einzelnen Steuerarten, nämlich der AO, der Einkommen- und Lohnsteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und hier im internationalen Steuerrecht. Das Ganze zusätzlich mit Erklärvideos. Erklärvideos also, die die einzelnen Kapitel nochmal aufgreifen, die dir die relevanten Dinge zeigen, die du in deiner nächsten Prüfung wissen musst. Das Ganze mit Erklärvideos. Erklärvideos. Erklärvideos.